Toll Heißt das jetzt ich muss alle drücken Vielleicht musst du sie in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen Vielleicht musst du einfach mal die Schnauze halten Oh war falsch oder was? War auch falsch Hä? Hä? Es gibt eine Reihenfolge Nate Wenn du nämlich auf die richtigen Platten tritt passiert etwas Okay aber war schon richtig dass wir erst hier Oh Das ist umgedreht ne? Warte mal das ist der Mond Was ist das da hinten? Das ist der Mond mit dem Kreis Achso ne das passt schon Passt schon passt schon Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Drei mal, ne vier mal, ok, ah ja 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 ja, ok, 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 dann dreimal x und was kommt danach? Was kommt danach? Dreimal x, dann dieses komische Silhouetten-Ding. Das heißt, dreimal x. Dreimal x. Dreimal das andere. Juhu! Ja, muss man erstmal ein bisschen nachdenken, ne? Die ganze Zeit Banner, Banner, Banner und jetzt kam das noch einmal. Sally? Lass dir Zeit, Opis. Alles gut. Wir haben sie ja, ne? Oh. Moment. Erinnert dich dieser Ort an etwas? Ja. Und zwar Malos gruseliges Versteck. Sally? Sally, das ist John Dees Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen, so wie Lawrence. Hey, sieh mal. Warten. Schon wieder serbisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht auf Henoresch. Kannst du es entschlüsseln? Nee. Es geht. Mit können sie die Dechiffrierscheibe benutzen. Okay. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Ah. Er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja? Oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Jammer. Oh. Klar. Hilf mir schieben. Was willst du machen? Achso, schieben. Okay. Kennt er, kennt er Maschinen Gun Kelly? Maschinen Gun Kelly, das ist so ein amerikanischer Rapper. Nicht du. John Dee. Ach, du bist auch schlau. Und alt. Nein, da sind schon wieder Spinnenweben. Ja. Da haben wir es. Sully, gib mal Feuer. Ja. War über ein ziemlicher Stretch jetzt. Also irgendwann solltest du mal deine eigenen Streichhölzer bei dir haben. Wovon redest du? Eigene Streichhölzer. Hat er doch gesagt. Drake, was ist mit dir? Liegt hier vielleicht irgendwann irgendwas? Irgendwo? Ne. Okay. Ja? Die fette Riesenspinne, gegen die wir gleich kämpfen. Wie bei Skyrim damals. Als man in dieser allerersten Eishöhle war und dann gleich gegen so eine fette Kackspinne gekämpft hat. Alles klar. Das sieht ja scary aus. Oh, schön. Wir müssen wieder... Na toll. Okay. Weiß ich doch nicht. Wow. Gibt's hier mehrere von den Dingern oder was? Und was heißt das? Und was heißt das? Ich kann mich doch nicht mitnehmen. Ach du heilige. Ja, moin. Okay, schade, dass man sich währenddessen nicht das Ding angucken kann. Ach du heilige Maria. Scraps of paper found in John Deere Secret. Toll. Oh. Will sie die Tipps von Sully anlassen? Ja, mal hören, was er noch so von sich gibt. Vielleicht sagt er ja irgendwas sinnvolles. Weil ich glaube, hier werde ich lange brauchen. Wollen wir den verkackten Adler? Warte mal. Warte mal. Warte, 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 lass das mal offen. Der muss zwischen 8, XX, 17. Ist komplett falsch, ich weiß. Aber ist mir egal. Okay, zwischen 8, XX und 17. Das heißt, der hier ist schon mal richtig jetzt. Hätte ich jetzt gesagt. Das erklärt mir aber immer noch nicht. Das Pferd ist dann links, zweites von unten. Mit Fuß juckt. Das Pferd. Ich war beim Pferd. Müsste dann dementsprechend hier hin. Hä? Woher soll ich jetzt wissen, wo die anderen zwei Viecher hin sollen? Oh, warte mal. Ah, ich bin dumm. Mein Gott, der kennt man aber auch schlecht. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo sollen denn die anderen Dinger hin? Das kriegt man halt hier irgendwie nicht so wirklich. Erklärt. Aber vielleicht steht das hier irgendwo. Vielleicht gibt es hier irgendeinen Hinweis. Hier waren doch auf dem Boden auch so komische Symbole, ne? Die jetzt komischerweise weg sind. Das ist der Adler. Ah, warte, warte, warte. Oh, wow. Alles klar. Das ist nice. X. Oh, Alter. Hä? Das muss zwischen XX und dieser komischen 17 oder was? Was ist denn das? Ach, das ist der Vogel. Den haben wir hier sowieso schon. Den Vogel haben wir schon zwischen XX und dem... Das passt. Das passt. Und wen haben wir denn hier? Cool, wir haben hier niemanden. Das ist ja toll. Und das ist der Löwe. Der Löwe würde dann kommen zwischen... ...dem komischen Manneken... ...dieser komischen Dings... ...und... Ach du Scheiße. Ja, ich weiß das schon. Alles gut. Mal kurz hier ein Stückchen bewegen. Dass wir schon mal das eine wenigstens finden. Wir brauchen den Löwen. Ist das hier? Warte mal. Manneken. Unten drunter ist... ...das Ding. Und daneben dieses komische Mannekenviech. Links daneben. Passt. Passt. Jo, der Löwe ist auch schon mal richtig. Wunderbar. Jetzt fehlt eigentlich nur noch... ...die Kuh. Und die Kuh macht muh. Und die Katze miau. Und ein Hund wau wau. Das ist die Kuh. Das ist die Kuh. Halbmond unten. Links davon dreizack. Reicht schon als Information, glaube ich. Halbmond unten. Links davon dreizack. Halbmond unten. Links davon dreizack. Wo ist denn der Halbmond? Hier ist der Halbmond. Halbmond unten. Links davon dreizack. Müsste hier sein. Ja. Geil. Zauber. Oh, die Gehirnzellen auch anstrengen hier, ey. Junge, Junge, Junge. The Lord. Sex. Was? Es ist Sabiisch. Also aus dem alten Jemen, was? Ja. Genau von dort, wo Francis Drake im 16. Jahrhundert gelandet wäre. Vielleicht der Name einer Stadt? Ja. Vor 3000 Jahren. Wo sollen wir ohne den Rest der Hinschrift suchen? Dann hoffen wir, dass die andere Hälfte in Syrien ist. Ja. Und das kann auch Chloe sie finden. Ja. Ob Katha und Chloe da sind, weiß ich nicht. Jetzt kommt bestimmt wieder Action, wa? Oh. Knall ihn doch jetzt endlich ab. Shit. Hervorragende Arbeit, Gentleman. Harris. Nehmen Sie doch bitte Mr. Drake das Artefakt ab. Ja, Harris. Hol's dir doch. Dafür muss man doch nicht gleich sterben, oder? Ihr Freund stimmt mir zu. Komm, Frau Nate. Komm, Frau Nate. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Was zum Teufel. Bleib im Licht. Nehmen Sie es, schnell. Wack von mir! Ah! 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 Ihre Fackel scheint zu erlöschen. Viel Glück damit! Ah! 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 Sie müssen so schnell wie möglich raus. Bleib dicht bei mir. Kapitel 7. Im Licht bleiben. Was? Wir müssen den Weg ausschauen. Was? Da oben. Los, los! Hilf mir mal. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Ja wo fällt dir denn hin? Ist der doof! sie kommen durch die decke mich juckt überall so trifft nämlich der dauern was soll ich doch machen außer rennen was sie weg was sie weg okay alles klar was ist okay aber ich kribbel sie mal ich denke es ist eine gute idee oh 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 Boah, ist das ekelhaft. Iiiiiiiiiiii. Da. Huch, wo muss ich denn hin? Da gehen wir nicht lang. Egal wohin wir gehen, versprich mir, dass da keine verdammten Spinnen sind. Ich weiß gar nicht, wo wir langen müssen. Sorry, ach, hier müssen wir langen. There is a hole in die, in die Floor. Wir müssen hier raus. Ne, lass doch wieder zu den Spinnen runtergehen, die waren doch super. Und dann hat er sich sogar wieder mal das Ding abnehmen lassen, ne? Mist, das wird nichts. Okay. Weg! Okay, wir müssen hier raus. Mist, das wird nichts. Da geht's raus. Da unten. Oh, toll. Ich suche mal einen Weg rüber. Ach, ich kann hier weiter... Oh, Leute. Vorsicht! Ich hab's. Da ist ein Spinnenwege oben drauf. Vorsicht nicht! Gleich geht's hoch! Ich weiß, ich weiß! Der runter wahrscheinlich eher. Weniger runter, ne? Weniger runter, ne? Weißt du was ich schon mein? Wui! Oho! Das ist wie wenn ich ein Haus beim Bluebricks baue. Das geht! Läuft wie geschmiert! Jetzt müssen wir runter! Hey, warte! Shh, shh, shh! Was denn? Ähm... Was machen die da? Oh, okay. Okay. Sorry, wir müssen hier raus. Das ist aber nicht nett. Das ist aber nicht nett. Könnt ihr das mal lassen? Hey, Sali, was machst du denn? Kekwe! Hey! Ey! Ey, warte mal! Ich bin grad am Klettern, du Lübbel. Kannst du mal Laufhörn bieten? Bitte! Hör auf mit der Scheiße! Ich bin am Klettern! Was? Feuer legen? Halt den Maul! Alles klar! Ihr habt sie doch nicht mehr alle! Okay, wir haben sie! Lass! Ja, Alter! Lass dir Zeit mal klettern! Schon okay! Shit! Hä, was? Into the fire! Wiest! Warte mal, hier liegen noch Granaten und so. Warte! Sali, ich komme! Oh, warte, hier liegt noch Munition, Sali. Warte mal! Okay, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ach so, hier. Warte! 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 Vereilung! Warte, ich komme! Warte! Warte! Sind wir hier im Zirkus? Na los! Warte! Warte! Als ob die noch Zeit haben, jetzt gegen uns zu kämpfen! Weißt du, hier brennt alles! Aber die haben noch Zeit gegen uns zu fighten, das ist ja gar kein Problem für die, ne? Richtige Helden einfach. ich weiß ja wo ich lang muss danke wir kommen aber nicht hoch das war heiß und du es muss doch einen ausgang geben wir laufen aber die ganze zeit hin und her auf welchen tippe stimmten so lief warum frag ich immer ob alles klar ist ja easy Oh! Oh! Das ist ein bisschen schneller vielleicht! Ne? Achso! Heiß! Mal auf! Johnny! Und ein Schweine, Alter! Fuck you! Komm ins Feuer mit dir, du Lümmel! Oh, das ist der schon wieder! In den Hodensack! Houdini! BAM! Schnell dir in die Eier! Achso! Oh Moins, Hanni! Hui! Wir haben's gleich! Mautze! Wollt ihr nicht flüchten, Alter? Renn, ihr Schweine! Nein, nein, nein! Du weißt! Hä? Hä? Hihi! Wir haben grad jemanden getötet, weil wir über den Fuß geschossen haben! Das ist lustig! Oh, warte! Halt! Da oben! Hä? Ah! Sehr gut! Da ist die Tür! Da ist die Tür! Oh nein, nein, nein! Jooo! Klar! Äh, hochrennen ist aber glaub' ich keine gute Idee, oder? Hohohohohoho! Schild! Mist! Sully! Ich sitz fest in... Oh shit! Die zwei! Ah... Klar, grad wo wir sie getötet haben, oder was? Ah, geil! Großartig! Das wird immer besser! Ohohoho! Nein, 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 nein! Wie haben wir das überlegt? Wir hätten tot sein müssen! Wir hätten safe tot sein müssen eigentlich! Oh, schnell! Bewegt dich! Sully! Sully, halt durch! Ist gut! Ich komme! Ich hab dich! Ich hab dich! Los! Los! Weiter! Na los, nicht! Puh! Wo gehen wir lang? Hier runter? Nee! Oben lang wahrscheinlich, oder? Können wir hier runter springen, ohne dass wir sterben? Ja, okay! Oh! Oh! Lasst die Faxen, hab ich gesagt! Ja! Hier stürzt gleich alles ein! Klar, hier stürzt gleich alles ein, aber erstmal ein Feuergefecht! Seems legit! Verdammt! Ich hab keinen blassen Schimmer, wo wir hin sollen! Nein, ich hab grad geworfen! Ich hab grad geworfen! Ich hab grad geworfen! Okay, es ist halt immer, wir müssen hier... Ne! Sag ich, wo müssen wir raus! Oh, Gott! Oh, da! Ja, mega! Ich hab's gesehen! Weiß noch nicht, ob's beim Feuer gut ist, wenn man immer weiter nach oben geht! Ich hab glaub' das gef... Ich glaub' das ist nicht gut! Eine Leiter! Los, komm! Oh! Los, Sally! Ja! Weltleiter! Oh, Scheiße! Los!